Hallo, ich bin Tim Ulrich von der Telekom Barsius Born. Ich wünsche euch viel Spaß bei der kommenden Saison. Ich hoffe, ihr füllt unsere Halle richtig gut, ihr macht die Stimmung richtig toll wie letztes Jahr. Und ich hoffe auch, dass ihr beim Barsius-Blog ein bisschen reinschaut. Wir sind da gut vertreten und man sieht sich.